Eine Patientin möchte wissen, was das bedeutet, wenn auf den Mineralwasseretiketten enteisend steht. Enthalten Mineralwässer zweiwertiges Eisen, wird es dem Wasser entzogen, da es durch den Kontakt mit Sauerstoff zu einem dreiwertigen Eisen oxidieren würde und bräunlich ausflockt. Und diese farbliche Veränderung sieht, glaube ich, nicht sehr appetitlich aus und keiner würde mehr dieses Wasser trinken wollen. Und daher wird Eisen einfach entfernt. Also wichtig zu verstehen, dem Wasser wird Eisen entzogen, nicht aber das Wasser entzieht dem Körpereisen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben und gerne können Sie natürlich auch den Kanal abonnieren und, wenn Sie mögen, mir auch einen Kommentar schreiben. Es geht um Ihr Herz. Dieses so wichtige Organ ist gerade einmal so groß wie Ihre eigene Faust. 7.000 Liter Blut bringt es tagtäglich durch Ihren Körper. In der Regel schlägt es zwischen 50 und 80 Mal pro Minute. Das ist am Tag 100.000 Mal und in einem Jahr sind es fast 350.000.